Oh wow, die Ohrringe hier gefallen mir echt gut. Oh, da guckt gerade einer auf der anderen Seite. Na dann fass ich das mal erstmal nicht an und drehe nicht weiter. Hä? Warte mal, warum drehst du jetzt weiter? Hallo Mädel, ich gucke auch noch hier. Sag mal, was soll das? Kleine Pissnick.